Reisen wir ein bisschen zurück in deine Vergangenheit. Du hast bei Jan Regensburg die ersten Schritte gemacht im Fußball, bist dann zu 60 gewechselt, hast dort alle Jugendmannschaften bis zu 19 durchlaufen, hast dann auch versucht über die zweite Mannschaft, über die Regionalliga dann in die erste vorzurücken. Dort hat es aber am Ende nicht ganz so geklappt, nur vier Kurzeinsätze dann in der zweiten Bundesliga. Was hat dort nicht so funktioniert? Ja, der Sprung vom Jugendfußball in den Herrenbereich ist natürlich schon riesig. Vor allem, wenn es dann auch in die zweite Liga, wo es damals die erste Mannschaft gespielt hat, der Sprung ist dann schon enorm. Ich habe zwar schon hauptsächlich in der Regionalliga Mannschaft gespielt in der Saison, aber es ist halt doch nochmal andere Schippe da, wo es drauflegen muss. Im Vergleich halt jetzt in der Regionalliga und in der zweiten Bundesliga. Ich bin zwar froh, dass ich damals die vier Spiele machen durfte, aber so richtig durchsetzen konnte man zu dem Zeitpunkt dann nicht. Ich denke, dass vor allem die Zweikampfhärte, die macht am meisten aus die Handlungsschnelligkeit einfach. Es geht alles viel, viel schneller. Schon alleine das Tempo ist im ganzen Spiel über deutlich schneller und dann halt auch im direkten Zweikampf oder so ist halt schon nochmal ein riesen Unterschied zur Regionalligasaison oder Drittligasaison. Das muss man echt sagen. Du bist ja dann damals zu Frankfurt gewechselt, wolltest Spielpraxis sammeln. Von Frankfurt ging es dann zu Chemnitz und auch zu Darmstadt. Da hast du aber immer noch nicht so richtig Fuß fassen können. Was war da los? Es sind ja nicht immer viele Faktoren. In der Zeit war einfach dann der Schritt wieder. Also Frankfurt war ja damals die zweite Liga. Das ist ja immer dann so, ja da habe ich neun Spiele gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt natürlich, aber man muss ja auch trotzdem das erste Mal machen. Und von dem her bin ich froh, dass ich die Erfahrung sammeln durfte. Mit Darmstadt sind wir ja sogar aufgestiegen dann. In dem halben Jahr, wo ich dort war, in die zweite Bundesliga. Von dem her, das sind auch Lebenserfahrungen, auch wenn ich jetzt da eher weniger gespielt habe. Also von dem her nimmt man einfach sehr viel mit und da bereue ich überhaupt keinen Schritt. Nach deiner Zeit außerhalb von Bayern bist du dann wieder zurückgewechselt und zwar nach Regensburg in die alte Heimat. War das so ein bisschen, dass du so ein bisschen, sagen wir mal nicht Heimat weh hattest, aber oder gab es da andere Gründe, wieso du wieder zurück nach Regensburg bist? In Regensburg hat einfach das Gesamtpaket gepasst. Also der Verein wollte mich unbedingt haben. Ich komme 50 Kilometer von Regensburg, bin ich geboren. Die Familie ist in der Nähe. Sportlich ist absolut was entstanden in Regensburg, auch zu der Zeit, als ja gerade das neue Stadion eröffnet worden in dieser Saison dann. Von dem her war das wirklich richtig tolle Zeit und auch ein richtig toller Wechsel für mich jetzt, weil es persönlich sehr, sehr gut gelaufen ist. Wir sind ja da zweimal hintereinander gleich aufgestiegen. Also von dem her war das eigentlich wirklich ein perfekter Schritt. Vor drei Jahren bist du dann wieder zurück zu den Sechzigern, bist sogar wieder aufgestiegen mit ihnen in die dritte Liga. Dann kamen auf einmal kleinere Verletzungen dazu und auf einmal warst du nicht mehr im Kader. Kam eben auch deshalb der Wechsel dann zu Bayreuth jetzt? Ja, also hauptsächlich war es so, weil ich einfach von den Spielzeiten her einfach wieder regelmäßig spielen will. Das ist der Hauptschritt, sage ich jetzt mal, unter sportlicher Perspektive. Und die Zeit in München war natürlich auch überragend. Wir haben gleich den Aufstieg wieder geschafft gehabt, also das ist auch nicht selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich habe geile Mitspieler da zu der Zeit gehabt. Ich sehe ja schon unten fleißig und ich vermisse ja auch alle, also besonders in Dani Wein. Da haben wir immer sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wie zufrieden bist du mit deiner Zeit bei 1860? Ja, insgesamt. Gut, ich habe neun Jahre für den Verein gespielt. Von dem her, der Verein ist in meinem Herzen, das muss ich echt sagen. Also da habe ich so viel, also die meiste von meiner Fußballlaufbahn habe ich bei 60 einfach erlebt. Und deswegen ist er absolut im Herzen. Und wir haben das geschafft gehabt, dass wir in die dritte Liga aufgestiegen sind. Das war das absolute Ziel und das haben wir geschafft. Und von dem her habe ich da einen großen Teil dazu beitragen. Und die anderen zwei Saisonen dann in der dritten Liga habe ich auch um die 25 Spiele gemacht, gerade in denen, von dem her, ja, ist das absolut gelungene Zeitpunkt. Jetzt kam der Wechsel zu Bayreuth. Auf was hast du dabei geachtet jetzt bei dem Wechsel? Was muss da für dich stimmen? Ja, hauptsächlich, dass das Verhältnis mit dem Trainer stimmt. Das war ja auch schon ein Hauptpunkt, ich sage jetzt mal, was sehr, sehr wichtig war. Und da ist hier mit Timo Rost einfach ein Trainer da, der einen Spieler überzeugt und der halt einfach auch ein sportliches Konzept hier entwickelt oder hat, sagen wir mal so, und ja, den Verein in professionelle Strukturen umwandelt. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und das gehört ja einfach dazu. Und von dem her, ja, hat das alles gut gepasst. Und deshalb habe ich mich auch für Bayreuth entschieden. Was sind denn noch deine persönlichen Ziele? Willst du nochmal Zweit- oder auch Drittliga-Luft schnuppern oder auch in DFB-Pokalen möglichst weit kommen? Hast du da dir irgendwo ein persönliches Ziel jetzt noch gesetzt? Also, es wäre natürlich schön, wenn wir hier den Aufstieg schaffen würden und dann hier mit Bayreuth in der dritten Liga spielen. Das wäre das absolute Ziel. Also, deswegen bin ich auch hergewechselt. Das war ja auch einfach wichtig, dass man sportliche Ziele hat, weil du halt doch, ja, bisher hat es bei mir immer gut klappt mit drei Meisterschaften hier in der Regionalliga Bayern. Und deswegen, ja, wollte ich das einfach, dass ich zu einem Verein wechsle, der auch die Ambitionen hat, das zu schaffen. Was ist denn dein Plan für danach? Ich habe gesehen, du warst schon mal Co-Kommentator beim BR. Ist das was, was dich interessieren würde auf jeden Fall, was du auf jeden Fall angehen würdest? Das war wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Da habe ich jetzt, also zwei Spiele habe ich schon mal beim BR gemacht und eins sogar als Co-Kommentator live im Stadion in Regensburg war das damals. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist einmal von einer ganz anderen Sicht wirklich interessant, weil du hast einen ganz anderen Überblick aufs Spiel. Ob ich in die Sparte dann mal gehe, gut, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es gibt schon ein paar Pläne, die ich nach dem Fußball dann vorhabe, aber das kann man halt auch noch nicht genau sagen, weil halt einfach, ja, man auch nicht weiß, wie lange es mit dem Fußball halt dann geht. Würdest du denn gerne nochmal, vielleicht für Jahren sogar spielen, jetzt sagen wir mal, am Ende der Karriere? Das wäre ein Traum, wenn ich nochmal für das, also mit dem Trikot auflaufen dürfte, aber ja, wird man sehen, ob das irgendwann nochmal überhaupt zustande kommt. Aber es war eine tolle Zeit, ich komme auch daher und von dem her, genau, wollen wir ja auch nach dem Fußball dann auch nach Regensburg zurück, also das ist schon so unsere Base, sage ich jetzt einmal. Ich wünsche dir natürlich alles Gute, bleibt gesund, bleibt fit, ohne Verletzungen und dass wir uns hoffentlich bald mal dann auf dem Platz sehen können. Ja, danke dir, bleib gesund, mach's gut. Servus, ciao, pfetti. Servus. 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 Vielen Dank.